Es war schon geil, ja. Ich habe noch nie so ein Event erlebt, aber hier im Stadion ist es gigantisch. Es ist das erste Mal, dass ich hier im Stadion bin. Es ist einfach krass. Die Massen, die da ranfeuern und ein Abmann wird mitgerissen. Alle in einem Team, das finde ich eine gute Sache. Egal ob es schnell und langsam geht ja wirklich bloß das Laufen. Musik Mega Stimmung, war super. Ich habe das ja nicht zum ersten Mal mitgemacht und es war tatsächlich richtig cool, weil alle ein Kilometer, zwei Kilometer kommen die Trommler und das Pushtrend unheimlich. Also echt super. Musik Die zujubelnden Zuschauer, die dann Namen gerufen haben, angefeuert haben. Auch die Bands waren cool. Ja, aber tatsächlich dann die Kinder dazustehen, die dann die Hand hochhalten und einen High-Five haben, das war tatsächlich sehr cool, ja. Der Powerzone kommt hier wieder. Der Powerzone kommt hier. Danke für den geilen Support auf der Strecke. Hat Spaß gesagt. Ja, wir wurden angefeuert. Wir hatten Leute mit Kompons dabei. Richtig cool. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.